Ach Mensch! Ich bin schieb! Ach, wirklich? Ach, wirklich? Wie schlimm ist ohne? Ich weiß es nicht sicher. Das war nicht so schlimm ohne dritte Maske. Das hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Äh, ich fange gleich auf den TNT. Vier Sekunden schneller ist eben gut. Und diesmal habe ich hier eine Dreiermaske? Oh nein! Oh mein Gott, ich bin noch ins Ziel gekommen. Scheiße! Oh, das ist Flati! Uh, nice! Okay. Okay.